So, wir gehen jetzt mal auf die Overworld, Leute. Wir machen jetzt einfach schon mal nebenbei irgendwas. Wir gehen mal in den Senatsbezirk, will ich sagen. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt noch ein bisschen was an Nebenmissionen machen. Erstmal, bevor wir die nächste Trilogie starten. Nicht viel, so ein bisschen. Vielleicht können wir ja irgendwelche Items gebrauchen. Kurosong, Senatsbezirk. Vielleicht finden wir ja irgendwas Nützliches. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe neue Daten empfangen. Apropos, unsere Fähigkeiten könnten wir verbessern. Ailza, wir haben 45 von den Dinger verfügbar, schildig. So. 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 Bei ihm kriegt man scheinbar Luminare und Juli, okay. Alter, haben wir viele. Carrot Yule, Enfis Nest. Die ganze Klone muss ich scheinbar kaufen. Ach so. Die Jungs hat Padpa auch viele Teile. Chill. Oh, schrotz, aber da. Cool. Nice. Chewbacca-Jug, aha. Bremtruppler. Alter, wie das sieht denn aus? Die sind ja mega nice aus. Du siehst ja anders schissig aus, alter. Loll, einfach Anakin angepult. Ja, die nehmen wir. Ja, was ist denn jetzt? Ich will Anakin angepult. Danke. Wer hat doch das blaue Licht? Aha. 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 Oh, oh, oh. Wir können einfach noch so ein bisschen kaputt machen, hier ein bisschen umgucken, dass wir irgendwie was finden. Kann man hier rein? Scheiben wir nicht. Wir sind bald bei den 1.000.000. Okay, Leute, komm, wir holen jetzt die 1.000.000 Coins, Digger. Haben die Bock mehr. Oh, oh, oh. 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 Hei, Kahn, 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 Kahn Einfach überall rüberlaufen, das passt Scheint sich auch scheiben niemanden zu stören Alter, hier ist viel zu kaputt gemacht, let's go, alles erstmal so überall rüberlaufen Gebt, gebt demnächst gut So, 880 Hei, Kahn, Kahn, Kahn Hei, Kahn So, einmal alles einsammeln Aber auch cool, dass man auf der Overworld mit solchen Teilen hier rumlaufen kann Das ist schon nice Einzige, was nicht so nice ist der Schnitzen, Leute, ich sag's euch, der bringt mich noch um, ey Ich hasse Schnitzen-Wilipers Veranstaltungsvolle Du bist nicht so Gute Wie mehr Wie mehr Wie mehr Veranstaltungsvolle Genre ... Kann man da doch nicht hoch? Gut, genug Anakin gespielt. Lass uns ein bisschen Wando spielen. Rein damit. Einfach, weil Wando cool ist. Ich finde es schade, dass das hier der Mandalorian aus Season 1 ist. Es wäre natürlich noch geil gewesen, wenn die den aus Season 2 auch noch reingebrochen hätten. Oder zumindest, dass es im Gleichjahr doch, also dass er halt zwei Variate hat. In Season 1 und Season 2, dass er halt das Darksaber noch hat. Was die alle Panik habe. Die Verstopfte Nasen sind Peschisten, Leute. Das würde ich nicht so sagen. Oh, was ist hier der mit Stein? Haha. Interessant. Den holen wir mal, würde ich sagen. Oder? Was muss ich denn hier machen? Kann ich da irgendwas draufsetzen, zufällig? Ich habe ja nur zwei Characters. Öh. Hallo? Nur keine Angst. Naja. Es ist lange her, sollte ich sowas nicht sagen. Scheinbar die Teile. Theoretisch brauche ich ja nur zwei, weil auf die anderen zwei Knöpfe kann ich mich ja so draufstellen. So, fäbten wir das. Stein. Pitsche Patsche. Das ist doch jemand, der das kaputt gemacht hat, aber Resort das alles nach deiner Zeit, oder wie? Ich meine, würde schon Sinn machen, aber... Alter, wir haben fast eine Million, das schaffen wir noch. Das ist doch jemand, der das kaputt gemacht hat. Hier kann man hoffentlich... Hier kann man einfach rein, oder? Sieht zumindest so aus. Wow, 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 shit, Digga, what the fuck. Äh, okay, hier kann ich auch schießen, schon, ne? Dass sie hier hinten sind. Okay. Das war's für heute. Alter, wie weit geht das denn, Alter? Tschüss. 30k noch für die eine Mille, komm. Wir kriegen mal hin. Alter, der Lirige, 10k, what the fuck. So, was ist das jetzt hier? Ich bin alt, aber nicht nutzlos. Da ist irgendwas drin. Frage ist mir was. Was ist das? 0 von 19. Was ist das? Datenkarten. Eine Million und eine Datenkarte für Steinschimmer 2. Jetzt lohnt sich das auf jeden Fall, das zu holen. Ja, schön. Ein Pork wird dir im Kampf helfen, indem er ab und zu deine Feinde mit seinen Marken schüttern und kreischt und in Panik versetzt. Baguette-Lichtschwert, TV-Modus, Hologram-Modus, Retro-Modus, Muschel-Modus, witzige Waffen, Regenbogeneffekte, Katina-Musik, große Köpfe, Piu-Piu, Universal-Dolbetcher. Naja. Ja, ich würde sagen, wir holen uns die eine Mille und dann holen wir uns die, äh, Dingels, ne? Die Steinschirm mal zwei, da kriegen wir auch alles andere schnell hin. Sind hier nur noch 8K? Das ist ja gar nichts mehr, theoretisch. Okay, was geht jetzt hier ab? Ja, zieh das runter jetzt. Ah ja, jetzt kann ich hier die Tür aufmachen, chillig. Was neu ist? Das cool. Gut, gehen wir mal rein, da, ne? Oh, man muss ja wirklich so langsam hochklettern. Oh, klettern hoch jetzt. Oh, klettern hoch jetzt. So, was gibt's denn hier oben Schönes? Ganz gibt's viele Müsse. Oh, hier ist ein Stein drinnen. Raus geht hier. Komm, Junge. Komm, Junge. Eine Million Münze. Selbstbedienung. Steinchen mal zwei. Let's go. So, jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir doppelt so viele, ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. Oh, geht's halt, geht nicht, geht jetzt natürlich ein bisschen schneller, nicht viel schneller, aber ein bisschen. Ja, aber Leute, da würde ich sagen, es macht's für die heutige Folge, wenn's euch gefallen, dass ich gerne like, aber... So, ciao, Leute.